Oh je, jetzt soll ich mich selbst vorstellen. Also, die harten Fakten, geboren 1986, Diplom als Posaunist, angefangenes Masterstudium Neue Musik, abgeschlossenes Studium Psychologie, ich bin sozusagen waschechter Psychologe, Master of Science. Und ich habe mich sehr, sehr viel mit Entspannungsverfahren, mit Mentaltraining, mit Hypnose beschäftigt und natürlich auch mit dem Thema Lampenfieber. So, jetzt wo wir die harten Fakten abgearbeitet haben, was ist mir wichtig, wenn ich ein Training halte? Also, mir geht es vor allem darum, dass die Leute, die da vor mir sitzen, dass sie viel mitnehmen. Und mir war auch von Anfang an klar, dass ich dieses Thema Lampenfieber, was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde und wo ich wichtig finde, dass junge Musikerinnen und Musiker sich damit eingehender beschäftigen, dass ich das nicht alleine machen will, sondern dass ich dafür, ja, und da kam eigentlich nur einer in Frage, nämlich der Maximilian, dass ich dafür einen Partner brauche. Und so haben wir vor vier Jahren Rampensau-Training gegründet. Ich kam, auch wenn wir beide große Schnittmengen haben, wir haben zusammen im Jugendorchester gespielt, aber eigentlich aus einer anderen musikalischen Ecke dann letztendlich. Ich bin Jazzsänger, freischaffender Musiker jetzt, Pädagoge und Hypnosecoach. Ich habe eine Hypnoseausbildung gemacht und mir war das genauso wichtig, weil ich selber gemerkt habe, dass mein Potenzial irgendwie auf der Strecke bleibt in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, weil ich so gehemmt bin durch alles, was da ein Musiker so durch den Kopf schießt. Und das ist ja ein sehr verbreitetes Phänomen und deswegen haben wir uns zusammengetan, weil wir beide uns wünschen, dass mehr Leute einfach ihr volles Potenzial auf der Bühne entfalten können, sich da wohlfühlen können und gerne auf der Bühne stehen und Leuten zeigen, was sie können. Ich glaube, das Rampensau-Training tut jedem Musiker und jeder Musikerin gut. Punkt. Punkt. Wir alle haben mit ähnlichen Themen da irgendwie zu kämpfen. Das ist was Spannendes, auch was dann immer wieder zum Vorschein kommt. Also jeder, der die Workshops besucht, stellt irgendwann fest, ah ja, ich bin ja gar nicht allein. Das ist was, was man natürlich auch irgendwie weiß. Aber dadurch, dass das Thema so ein großes Tabu ist, tut es einem, und das ist meine Erfahrung auf den Workshops, umso besser, je mehr man sich zusammen mit Leuten damit auseinandersetzt. Und das trifft genauso auf den Laienmusiker zu im Musikverein daheim, wie auch auf den Profimusiker oder den Studenten, der sich darauf vorbereitet, ein Probespiel bei einem großen Orchester zu machen. Was natürlich nochmal eine besondere Drucksituation ist. Jeder kann davon profitieren, sich da einfach mal anzuschauen, was geht da in mir vor und wie kann ich damit umgehen und mich an einen Ort bringen, wo es mir gut geht, da wo ich gerade stehe. Und dann einfach abrufen, was man so geübt hat und gelernt. So, was machen wir in unseren Rampensau-Trainings? Wir schauen uns... Nee. Nee, 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 nee. In unseren Rampensau-Trainings schauen wir uns zuerst einmal an, was denke ich denn selber über Lampenfieber? Was bedeutet denn Lampenfieber für mich? Und davon ausgehend, ich meine, das ist natürlich für jeden auch ein bisschen unterschiedlich, davon ausgehend schauen wir weiter, mit welchen Techniken, mit welchen psychologisch-kognitiven Tricks kann man denn da weiterarbeiten? Wie komme ich denn der Situation bei? Das klingt jetzt ein bisschen technisch, in Summe soll das Ganze Spaß machen. Und großer Punkt dabei ist sicherlich das Erlernen von Selbsthypnose, denn es geht hier nicht darum, dass ihr zwei Gurus sitzen, die legen euch die Hand auf und dann läuft die Sache, sondern ihr bekommt wirklich die Methoden an die Hand, mit denen ihr selber weitermachen könnt, mit denen ihr selber weiterentdecken könnt und euch tiefer sozusagen in das Thema dann einlassen könnt. Und wir schauen uns auch ganz sicher an, was sind denn eure schönsten Momente gewesen? Was waren denn Auftritte, wo es wirklich Bock gemacht hat? Wo ich gedacht habe, ja genau deswegen mache ich doch die ganze Sache. Und da schauen wir uns nochmal an, wie können wir denn diese Gefühle wieder herholen? Wie können wir uns da wieder nah ranbringen und das intensiv erleben? Wir beleuchten das Thema Lampenfieber von verschiedenen Seiten. Einerseits, wo kommt das Lampenfieber her? Was läuft in einem Menschen ab, damit er Lampenfieber bekommt? Also so eine Herangehensweise, die aus der Psychologie kommt, sehr viel von Daniel, der einfach darüber aufklärt, was sind da für Mechanismen am Werk? Und das ist ja was, was uns alle betrifft. Darum haben ja so viele Musiker einen Ampenfieber. Und nicht nur Musiker. Und auf der anderen Seite schauen wir, was kann ich tun, um mich in der Situation wohl zu fühlen? Was kann ich tun an Übungen, die wir euch zeigen? Was kann ich tun an kleinen Trainingseinheiten zu Hause, wenn ich übe oder direkt vor dem Auftritt, um dafür zu sorgen, dass ich in einen positiven Zustand komme, dass ich Spaß habe an dem, was ich tue und dass ich einfach mit Freude allen im Raum zeigen kann, was ich da gelernt habe oder einfach nur für mich bin. Da ist jeder auch ein bisschen verschieden. Und von da aus einfach meine Musik mache, einfach nur, weil ich Freude dann habe. So, ich sage mal, das war es jetzt von unserer Seite. Wir haben uns vorgestellt, jetzt bist du am Zug. Du findest Termine auf unserer Homepage, wenn Fragen offen geblieben sind. Auf jeden Fall schreib uns. Wenn dich bestimmte Themen zum Thema Lampenfieber besonders interessieren, schreib uns auch. Wir schreiben auch ab und zu Blogartikel. Vielleicht ist dein Thema auch ein Thema, das für alle spannend ist. Ansonsten freuen wir uns immer über Post. Und natürlich dich als Teilnehmer, Teilnehmerin kennenzulernen. Schaut auf unsere Homepage www.rampensautraining.de. Da findet ihr alle Informationen zur Hypnose, was wir so machen. Schaut vorbei. Und vielleicht kommen wir irgendwie zusammen. Ciao. Bis bald. labeling順lich. Wir können nachdem in die Ä 행be hinweisen, wie wir malじゃない. Die Äh 행be haben, wir haben einen in die Äh 행be. Vielen Dank.